Hallo liebe Suchabar, es begrüßt euch Gustavo Moreno Morales. Seid willkommen in diesem neuen Jahr 2021 auf meinem Kanal. Göttingen heute mit Gustavo unterwegs. Frohes neues Jahr nochmal, wünsche ich euch. Ja, ich bin hier am Seeburger See. Das sind ungefähr 17 Kilometer von Göttingen entfernt. Und das war genau heute vor einem Jahr war ich hier. Da hat ein Spektakel stattgefunden, wo die Leute eine Reinigung machen. Da waren wir, ich hatte darüber berichtet, war dabei. Da waren vielleicht hier rund um die 500 Personen und wir waren um die Aktie-Teilnehmer, also Leute, die im Wasser gegangen sind. Ich glaube nicht, dass ich heute im Wasser gehe. Gut, ja und das ist, was die Idee ist, mit diesem Video euch anspornen, zu motivieren, zu einer Reinigung. Vielleicht, es muss nicht im kalten Wasser sein, es könnte vielleicht ein schöner, ausgedehnten Spaziergang, so im Wald am besten. Aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall das neue Jahr mit einer Reinigung beginnen. Hier mit dem kalten Wasser, also die Temperatur, die äußere Temperatur habe ich gesehen, das waren drei Grad, oder das sind drei Grad. Das Wasser, ich weiß es nicht, aber ich glaube kalt ist das. Ja, liebe Leute, ich weiß es nicht, ob ich mir dazu traue, da im Wasser so wie letztes Jahr zu springen. Was glaubt ihr? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, guck mal da, was so schön ist, was da ist. Zeigen wir da, mein lieber Kameramann. Das ist, wie gesagt, die Seyburger See. Da gibt es auch ein Restaurant hier um die Ecke. Es ist eine, es ist eine wunderschöne See, wo im Sommer auch man mit den Booten hier ins Wasser sich amüsieren kann. Und ja, was ich sagte, wie so eine Reinigung im kalten Wasser in diesem Fall, in diesem Fall, in diesem Fall, das ist eine, ja, Stärkung des Immunsystems zum Beispiel, oder auch, damit man auch was Schönes für, für die geistliche Gesundheit. Das ist, was ich heute machen werde. Ja, liebe Zuschauer, jetzt bin ich soweit. Ich gehe jetzt im Wasser, ich mache meine jährliche Reinigung und ich hoffe, dass ich wieder rauskomme. Okay, begleitet ihr mich bitte, unterstützt mich dabei. Woah! Wow! Ja, liebe Leute, was meint ihr, was steht da drauf, was wurde gefragt, oh das Wasser Ja, liebe Leute, das Wasser ist so kalt, so kalt, aber echt toll, liebe Leute, es ist schön, ich kann das nur empfehlen, der Film ist richtig stark und geistlich auch, total die Emotionen, gucken Sie mal, das ist Adrenalin pur, was man erlebt, und so kalt ist es auch nicht, also man kann das aushalten, ja, ein bisschen abstreifen das Wasser, und gleich in die Klamotten, und ich hoffe, liebe Leute, dass ich euch mit dieser Sache verrückter sein kann, nein, das ist gesundheit, wie gesagt, was ich dabei spüre, was ich mache für meinen Körper, da ich damit euch motiviere, ja, mache ein neues Jahr, immer ein neues Jahr nimmt man irgendwas vor, ok, beginnen wir dann mit einer Reinigung, in diesen Zeiten, wo das so schwer ist, was schönes zu machen sonst, ja, was anderes, ok, in diesem Sinne, alles Gute Das ist ein neues Jahr, und ich hoffe, ihr bleibt dabei bei meinem Kanal, sollte euch dieses schöne Video gefallen haben, schönes sage ich, dann bitte weiterleiten, und ja, die Sterne, da gibt es auch gelbe Sterne, schön, wenn Sie da drücken, dann erfahren Sie, was das bedeutet, so auf dem Display, ist sicher, wie eine gelbe Sterne da zu sehen, und dann, ja, und dann, ja, aber es noch ja, Feliz Año Nuevo, ciao!